Der verstörende Mandela-Effekt, Folge 26 Ihr alle kennt doch den Film Forrest Gump, mit dieser ikonischen Pralinen-Szene. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Diese deutsche Szene, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, wurde natürlich vom Englischen Life is like a box of chocolates übersetzt. Doch diese Szene gab es nie in diesem Film. Im Film sagt er nämlich... Doch selbst in einem Behind-the-Scenes-Material sagt er, life is like a box of chocolates. Und auch bei einer Show mit James Gordon sagt er auch, life is like a box of chocolates. Life was like a box of chocolates macht doch überhaupt keinen Sinn. Und es wäre dann ja auch in jeder Sprache, wie zum Beispiel auf Deutsch, einfach falsch übersetzt worden. Selbst auf der DVD-Box steht hinten life is like. Wurde hier wirklich unsere Erinnerung manipuliert? Das ist wirklich einer der gruseligsten Mandela-Effekte, denn es war aus meiner Sicht immer schon life is like a box of chocolates, beziehungsweise das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Nicht das Leben war wie eine Schachtel Pralinen. Das ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn. Aber was meint ihr dazu? Wie habt ihr diesen Satz in Erinnerung? Schreibt alles in die Kommentare und liked und folgt mir, um Folge 27 nicht zu verpassen.